schönen guten tag bei frick und don das hier ist die frick die ist ziemlich müde wir gehen auch gleich ins bett kleine frick ist ein himmel kamel das hier ist hier terrarium oben mit die technik und ja hier mit einer wasserstelle und ja ich wollte mal das erste video machen von uns wo da die da sie ja nur einen kurzen auftritt hatte in einen horror streifen für wüstenheuschrägen ja ihr kennt mich allerdings und der verschiedenen youtube namen wie blavakavada und so weiter ich habe mich aus der politik ganz zurückgezogen das mehrere verschiedene gründe und ich will so ein bisschen mein altes hobby wieder nachgehen und zwar die die tierwelt das habe ich mich vor meinen politischen aktivitäten gemacht und ja politik über die überlässt ich es ihnen anderen von die sich damit herum ärgern ja ist auch sehr viel dazwischen passiert über die jahre ja aber jetzt wie dieser kanal ausschließlich für die für meine haustiere wie zum beispiel die frick eine sehr schöne kamelion dame diese zeit etwas häutet wie man hier zum beispiel sehr gut erkennen kann oder hier ist auch noch ein bisschen ja es geht also mal um meine haustiere ich habe auch noch ein projekt da wird sie dann einziehen als ein neues terrarium bei euch selbst und so wenn es euch interessiert immer wieder gerne ihr könnt euch immer wieder gerne rein schnallen die videos anklicken kommentare schreiben und hier soweit bis dann adios und gute nacht schönen guten tag bei frick und dann das ist die frick die ist ziemlich müde